Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Science. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Wir beim Enrichment Center versprechen, Ihre Sicherheit niemals höher zu bewerten als Ihre Ideen und Kreativität. Zerstören Sie jedoch keine wichtigen Testapparate. Por favor, bordeon, befeuern, muchas gracias, befeuern, gracias. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ist da jemand? Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Gut gemacht. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Sie glauben mir zu Schaden. Zwei plus zwei ist Zehn Mir geht's bestens. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es. Ich mach noch mehr, es dauert nur ein paar Minuten, bis dahin. Sieh an, Ihr alter Freund der Geschützturm. Hm, nicht genug Neurotoxin, um Sie zu töten. Sie haben gewonnen. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Oh, was ist hier drin? 500 Gramm Backmischung für Schokoladenkuchen. Eine Dose Kokosnuss-Fertig-Glasur. Drei bis vier Tassen Speiseöl, vier große Eier. Eine Tasse Schokostreusel, drei bis vier Tassen Butter oder Margarine. Ein und zwei Drittel Tassen Kristallzucker. Zwei Tassen Weizenmehl. Zum Garnieren beispielsweise, Cracker in Fischform, Streusel in Fischform, fischförmige Abfälle, fischförmiger Dreck, Ethylbenzol in Fischform, lange Lackritzbänder. Organische Verbindungen in Fischform. Sediment in Sedimentform. Erdnussbutterwürfel mit Zuckerhülle, in Fischform. Eine Tasse Zitronensaft, Alpha-Harze. Ungesättigtes Polyesterharz. Fieberglas-Oberflächenharz. Und flüchtige Malzmilchansammlungen. Neun Eigelb. Zwölf mittlere geosynthetische Membrane. Eine Tasse Kristallzucker. Ein Eintrag mit dem Titel, Töten mit bloßen Händen. Zwei Tassen zerhackter Rhabarber. Zwei bis drei Tassen Rhabarberflocken. Ein Esslöffel Rhabarberpulver. Ein Teelöffel Rhabarberschale. Drei Esslöffel Rhabarberflambiert. Eine Stange Rhabarber. Ein Bohrloch bildgebender Elektromagnet-Rhabarber. Zwei Esslöffel Rhabarbersaft. Einstellbarer Alu-Kopfpositionierer. Schlachthof-Elektronadelinjektor. Schnurloser Elektronadelinjektor. Injektornadeltreiber. Injektornadelgewehr. Schädelkappen. Enthält Konservierungsstoffe. Tiefenwerkstoffe. Sowie Gas- und Geruchskontrollchemikalien. Sie deodorieren und konservieren Gewebe. Schädelkappen. Schädelkappen.